Hallo, einen schönen guten Abend. Und hier sind die Berichte aus aller Welt, die Honigmann-Nachrichten vom 4. März 2014 mit der Nummer 294. Wir haben es heute 10,6 Grad hier in Thüringen. Eigentlich sieht es bei uns im Garten schon richtig schön alles aus. Mein Mann und ich haben vorhin einen tollen Rundgang gemacht. Also echt, es wird wirklich Frühling. Die Freude, die wir im Moment haben, auch wenn die Sonne nicht unbedingt die Kraft hat, durchzukommen. Bei den vielen zugezogenen Schemdrechts. London. Der Mensch kann UV-Licht nicht wahrnehmen. Die Linse im Auge filtert diesen kurzwelligen Bereich des sichtbaren Lichts größtenteils heraus. Bislang ging man davon aus, dass Ähnliches für die meisten Säugetiere gilt, abgesehen von wenigen Ausnahmen, manchen Nagern, manchen Beutetieren. Tatsächlich dürften jedoch viel mehr Säuger in der Lage sein, auch Licht im ultravioletten Bereich des Spektrums wahrzunehmen. Das berichteten zwei britische Forscher nach der Untersuchung der Augen einer Reihe verschiedener Säugetiere. Wie sie im Fachblatt Wir testeten bei den Linsen von 38 Säugetierarten aus 25 Familien in neun Ordnungen die Durchlässigkeit von Licht verschiedener Wellenlängen. Schrieben Ron Douglas von der City University London of Glendevary vom University College London informierte wissenschaft-aktuell.de Welt Der langlebige Sonnenfleck AR-1967, der am 25. Februar mit einem X4,9-Class-Flair ausgebrochen war, stärkster Flair 2014, einer der stärksten des aktuellen Sonnenzyklus, traf am 27. Februar das Erdmagnetfeld. Er löste einen schwachen geomagnetischen Sturm aus, also nicht mehr als ein Streifschuss, meinte zeitenwende.blogspot.co.at Deutschland-Welt Nach fünf relativ kalten, teilweise sehr schneereichen Wintern durften wir uns diesmal über einen milden Winter freuen, in Westdeutschland nahezu schneefrei. Nur Nordäustdeutschland hatte Ende Januar unter einer knapp zweiwöchigen Kältewelle mit Schnee zu leiden. Dass dieser insgesamt sehr milde Winter kein Minetegel einer katastrophalen Erderwärmung sein konnte, zeigt ein Blick in andere Regionen. Zuerst schneide es im Dezember im Nahen Osten sogar in Kairo. Danach wurde Nordamerika von einer Serie äußerst heftiger Kältewellen geplagt und schließlich versanken zur Monatswende Januar, Februar Norditalien, Teile der Alpen, Südostpolen, sowie im Februar dann auch noch Japan, Madeira in den Schneemassen. In Slowenien Anfang Februar gefrierender Regen fast im ganzen Land. Der meteorologische Winter, bestehend aus Dezember 2013, Januar und Februar 2014, erreichte ein Deutschlandmittel von 3,3 Grad plus. Höchste Zeit also als Nachtrag zur Winter-Olympiade, den Sieger in unserer Disziplin wärmster Winter aller Zeiten, zu küren, meinte eike-klima-energie.eu. Venezuela Lopez, Führer der radikalen Opposition Popular Will, hat beschlossen, sich der Polizei zu stellen. Was hat ihn dazu bewogen? Als er erfuhr, dass ein Verhaftungsbefehl ausgestellt wurde, ging er in den Untergrund. Dann versuchte er, ins Ausland zu kommen. Doch änderte er seinen Entschluss, nachdem der Bolivianische Nationale Geheimdienst ein auf Band gesprochenes Gespräch veröffentlichte. Zwei Männer aus der ultrarechten Emigrantengruppe in Miami diskutierten Pläne, Lopez zu liquidieren, die Verantwortung der Regierung von Maduro in die Schuhe zu schieben. Einige Terroristengruppen wurden nach Venezuela geschickt, die Komplizen in den Reihen des Teams von Lopez hatten. Die CIA-Zentrale in Caracas wusste Bescheid darüber, rührte keinen Finger, um Lopez zu schützen. Er war verurteilt, kaltblütig aus politischen Gründen ermordet zu werden, um den Interessen der VSA zu dienen. Die Verschwörer hofften, dieses heilige Opfer würde den Destabilisierungsprozess im Lande fördern, die Leute auf die Straße bringen, klärte einer schleret.blogspot.de auf. Das selbe Spiel wie in Kiew jetzt. China China investiert Milliarden, um seine Unabhängigkeit von Energieimporten aus dem Ausland voranzutreiben. Offenbar mit Erfolg. Zuletzt wurden fast 1,1 Milliarden Tonnen Öl, 616,4 Milliarden Kubikmeter Erdgas entdeckt, schrieb Gegenfrage.com. Luxemburg, China Die chinesische Währung durfte eines Tages die Position des Dollars als weltweit bedeutendste Reservewährung infrage stellen. Der Renminbi ist zu einer wichtigen Währung für Handel und Zahlungen geworden, beginnt nun, sich auch als eine Anlagewährung zu etablieren, sagte Mersch. Mitglied des Direktoriums der IZB am Mittwoch in einer Rede auf dem Renminbi-Forum in Luxemburg berichtete FUNS.com, also F-U-U-N-D-S.com. Russland Seit Wochen ist der Rubel wieder in den Schlagzeilen. Innerhalb der letzten zwölf Monate büßte er rund 17% seines Wertes gegenüber dem Euro ein. Allein 8% verlor der Rubel seit Anfang des laufenden Jahres, sorgte sich russland-heute.de. Ottawa, Moskau Im Konflikt um die ukrainische Halbinsel Krim zieht Kanada seinen Botschafter aus Moskau ab. Das teilte Ministerpräsident Harper am Samstag nach einer Sonderkabinettssitzung in Ottawa mit. Er drohte zudem, mit einem Boykott des G8-Gipfels in Sochi sollte Russland an seinem Kurs festhalten. In seiner Erklärung verurteilte Harper die Verletzung der Souveränität der Ukraine aufs Schärfste. Rief Kreml-Chef Putin auf, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen, teilte German.irip.ir mit. Angesichts der wachsenden Spannungen um die Halbinsel Krim, machte Russlands Parlament am Samstag den Weg für einen Militäreinsatz in der Ukraine frei. Moskau Nochmal einer, schleret.blogspot.de Unglaubliches in Russland. Der russische Rat der Föderation, vergleichbar dem US-Senat, hat einstimmig eine Resolution verabschiedet, die es Putin erlaubt, die russischen Streitkräfte in der Ukraine einzusetzen, was die Duma schon zuvor verlangt hatte. Vor der Abstimmung sagten die russischen Senatoren, dass Obama Russland gedroht, das russische Volk beleidigt habe, verlangten, dass Putin den russischen Botschafter in den USA abberufe. Russland ist zum Krieg bereit. Moskau-Krim Kurz von www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de Die russische Schwarzmeerflotte dementierte ein Ultimatum an die Ukraine, demzufolge die Ukraine bis Dienstag 4 Uhr die Waffen niederlegen müsse. Washington Nochmal www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de US-Außenminister Kerry hat Moskau wegen der Truppenverschiebungen auf der Krim gedroht. Man werde Russland wirtschaftlich isolieren. Jetzt ist meine Katze in den Mülleimer gerutscht, da schläft sie gern. Isolieren. Einreiseverbote verhängen. Zudem überlegen sich die VSA, russische Guthaben einzufrieren. Dazu stimme Russlands. EU-Wirtschaftssanktionen gegen Russland werden eine katastrophale Wendung für Europa nehmen, sagte Berater des russischen Präsidenten Sergej Klasiew. Das Wirtschaftssanktionen seitens der EU betrifft, dann wird das für sie eine katastrophale Wendung nehmen. Da die Einstellung der Gaslieferung aus Russland in absehbarer Zukunft nicht ausgeglichen werden kann, werden Preise für Energieträger in Europa wachsen, sagte Klasiew. Die USA drängen mit Absicht, die EU zu sanktionieren, weil sie davon profitieren wollen, sagte Klasiew. Ukraine, NATO Die Wende der Ukraine zur Atlantischen Allianz ist ein Ziel der NATO seit ihrer Unabhängigkeit und dem Niedergang der Sowjetunion. Schritt für Schritt schmiedet sie menschliche Beziehungen, fügt formelle Verträge hinzu. Der Staatsstreich von Februar 2014 ist der Röhepunkt von 22 Jahren Vorbereitungsarbeit, bemerkte Manlio Dunitschi, Stand bei Volternet.org Ukraine Die ukrainischen friedlichen Protestler, maskiert, bewaffnet und bezahlt, wurden in den NATO-Camps ausgebildet, für den Staatsstreich alias Revolution in der Ukraine sorgfältig vorbereitet. Ideologisch gesehen vertreten sie rechtsextremistische, sogar neonazistische Ansichten, meldeten alles-schall-und-rauch.blogspot.com Katze Kiew Nochmal alles-schall-und-rauch.blogspot.com Einer der beteiligten Gewalttäter am Maidan hat in einem Interview genaue Details über die Zusammensetzung der Leute, die dort gewütet haben, bekannt gegeben. Viele der bezahlten Söldner wären aus den VSA, Deutschland, Türkei, Polen und anderen Ländern auf dem Maidan tätig gewesen. Der Informant war selber ein Söldner aus Russland, wurde bei seiner Rückkehr von der Grenzwache verhaftet. Er erzählte Russia-24 TV am Sonntag, dass die Ausländer bereits in Uniformen und mit Waffen nach Kiew gekommen sind. Polen, Ukraine Als eifriger Diener der US-Interessen nimmt Polen in seiner Beziehung mit der Ukraine offiziell die Rolle des türkischen Dienstes ein. Wie die Türkei, die sich als Plattform eines geopolitischen Interesses für den Transit von Waffen und Unterstützung von Mann und Material für syrische Terroristen erwiesen hat, bietet Polen ihren ukrainischen Kollegen nun die gleiche Art Unterstützung an. Der polnische Premier Tusk sagte am 22. Februar 2014, sein Land gebe bereits Fürsorge für verwundete Aufständische aus Kiew, Unterstützung durch Bereitstellung von Krankenhäusern. Der stellvertretende Gesundheitsminister Waschhaus hat die Kontakte mit den Rebellen in Kiew bestätigt, um die Betreuung ukrainischer Verwunderter zu organisieren. Daraus folgt, dass Polen in der Tat seinen Bereich bis zu fast 500 Kilometer ins Innere der Ukraine erweitert hat, auf dem es seinen Einfluss auszuüben beabsichtigt, sowohl durch unterirdisches Handeln als auch durch Diplomatie. In der Ukraine begnügen sich die polnischen Geheimdienste eindeutig nicht nur, um die Verwundeten zu unterstützen, schnaubte natfandare.blogspot.se EU Dass die EU derzeit in der Volksmeinung an die Wand gefahren wird, zeigt die überall stärker werdende Ablehnung der EU im Volk. Pure Absicht, denn nach dem Euro-Untergang, der der Masse die Ersparnisse wegnehmen wird, braucht man die EU als Sündenbock. Genauso wie die EU-gläubigen, nationalen Politiker, war mmnews.de klar. Europawahl Die Europawahl steht vor der Tür, die Angst der etablierten Parteien vor der immer stärker wachsenden EU- und Euro-Verdrossenheit der Wähler hat ihren Höhepunkt erreicht. Ja, bis jetzt sind sie nicht gewählt, das ist das Schlimme. Es geht also um alles. Gerade deshalb werden wichtige Fakten zur bisherigen Europapolitik verschwiegen. Den Bürgern bewusst vorenthalten, kritisierte German.ruvr.ru Österreich Ein Bürgerverein plant eine Sammelklage gegen Österreichs Banken. Danach beruhen alle Kreditgeschäfte auf Betrug. Während die Bürger für einen Kredit Sicherheiten hinterlegen müssen, schafft die Bank das Geld aus dem Nichts. Ein Verein aus Österreich plant eine Sammelklage gegen österreichische Banken. Ihrer Ansicht nach beruhen alle Kreditgeschäfte mit den Banken auf Betrug. Der Vortäuschung falscher Tatsachen übermittelte RevealTheTruths.net Berlin Die SPD will, dass alle Deutschen ihr Geld auf einem Schiru-Konto aufbewahren. Die Aktion ist an sich problematisch, weil sie darauf abzielt, die Abschaffung des Bargelds voranzutreiben. In einer Zeit, in der sich jeder Deutsche überlegt, sein Konto von der Bank abzuziehen, ist die Aufforderung geradezu geschmacklos, meinte Deutsche-Mittelstands-Nachrichten.de. Kansas City, Deutschland Der an der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der University of Missouri, Kansas City, lehrende Professor Hudson erklärte mit klaren Worten, dass die Wall Street für die über die Deutschen verhängten Geschichtslügen verantwortlich sei. Hudson Sie können in Deutschland nicht Geschichte lehren, wie sie war, ohne gefeuert zu werden. Die ganze Theorie der Schuldenpolitik wurde damals von der Wall Street entwickelt. Plötzlich gab man den Deutschen eine falsche Geschichte. Sehen Sie sich die deutschen Schulbücher an und die Propaganda der Banken. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Bitte weiterlesen bei lubukativoblog.com BRID EU Berlin und EU planen offenbar, Steuergelder zum russischen Gazprom-Konzern umzuleiten. Ein Regierungssprecher sagte, der Westen könne die offenen Gasrechnungen der Ukraine bei Gazprom übernehmen. Ex-Bundeskanzler Schröder berät den Konzern, der jedes Jahr Milliardengewinne einfährt. Ein Bail-out für Gazprom wäre ein politischer Skandal erster Güte, schrieb deutschewirtschaftsnachrichten.de. Köln Die Erlaubnis für Gen-Mais ist durch. Dabei hätte unsere Regierung das verhindern können. Nun redete eine SPD-Politikerin tatsächlich einmal Klartext. Die Politik weiß, die Deutschen wollen den Gen-Fraß nicht. Bekannt ist, dass das für Mensch, Tier, Natur höchst gesundheitsschädigend ist. Wir nehmen die Bedenken der Bevölkerung nicht ernst, gab Frau Dobrinski-Weiß zu. Dann fragte die Moderatorin, ja, wer will denn den Gen-Mais? Frau Dobrinski-Weiß antwortete, ich sag jetzt mal sehr deutlich, die Kanzlerin will den Gen-Mais, die beiden anderen Ministerien, Frau Wanka und Herr Krölle, wollen den Gen-Mais. Natürlich wollen den Gen-Mais auch die Hersteller. Die Moderatorin, das heißt, die Politik beugt sich den Multis? Genau so. Frau Dobrinski-Weiß atmete tief durch. Eiert zwei Sekunden, weil sie genau weiß, was sie jetzt sagt, was das bedeutet. Sie kneift nicht. Würde ich sagen. Ja. Schlussfrage der Moderatorin, ob denn die Regierung auf ganzer Linie versagt habe. Frau Dobrinski-Weiß. Ja. Zitierte horusfalke.wordpress.com Das Volk ist der Frau Wirt oder Luat diesen Firmen, Parteienfirmen, völlig egal. An dieser Stelle wird es wieder sehr deutlich. Brüssel. In Brüssel wurde Donnerstag für die gentechnisch veränderte Rapssorte GT73 die Erweiterung der Zulassung als Futter und Lebensmittel ermöglicht. Laut einem Sprecher der EU-Kommission hat sich Deutschland erneut enthalten, wie üblich klar vermerkt, und so dazu beigetragen, dass sich keine qualifizierte Mehrheit gegen die Zulassungserweiterung gefunden hat. Mit grünem Licht für Gentechnik-Rapss in Lebensmitteln ist seitens der EU-Kommission schon innerhalb der nächsten Tage zu rechnen. Protestierte keine-gentechnik.de Also Leute, wir müssen wirklich langsam umsteigen. Nichts, aber auch gar nichts mehr aus diesem Konsumverhalten kaufen oder irgendwo aus diesem Kaufverhalten irgendwelchen Schrott noch holen. Überall ist das drin. Egal wie. Lernt umzudenken und ernährt euch echt von frischem Obst und Gemüse. Es gibt jede Menge zu lernen und unser Ralf Körbe wird ja aber auf dem nächsten Honigmann-Treffen wieder einen Vortrag halten. Haltet euch an ihn. Er wird es euch erklären. Berlin-Kiew Die deutsche Kriegsmarine beteiligt sich, während die Krise um die Krim eskaliert, am internationalen Flottenaufmarsch im Mittelmeer. Laut Medienberichten ist die Alster, die zuvor unter anderem das syrische Kriegsgebiet ausspioniert hat, aus ihrem Heimathaufen in Eckernförde ausgelaufen, hat Kurs auf das Mittelmeer genommen. Ob sie womöglich ins Schwarze Meer weiterfährt, hält die Bundeswehr bislang geheim. Im Mittelmeer sind bereits jetzt zwei deutsche Kriegsschiffe innerhalb eines NATO-Verbandes und zwei weitere im Rahmen von Uni viel im Einsatz, teilte German-Foreign-Policy mit. Frieden anzurufen ist eine hervorragende Möglichkeit, irritierende Situationen zu vermeiden. Für den spirituellen Menschen, den aufrichtigen Sucher, ist es immer ortsam, Frieden von oben herabzubringen. Während du Frieden herbeifließt, wirst du in dir und um dich herum enorme Kraft spüren. Die Kraft inneren Friedens ist unendlich größer, solider und greifbarer als irgendeine Situation, die von irgendjemandem auf dieser Welt hervorgerufen wird. So, das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören und verbleibe eure Nachrichtensprecherin vom Honigmann-Block, Conny. Und tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017